Ohrenkuss Ich hab die Nasen schon so voll. Jeden Tag wird mir Stress gemacht. Jeden Tag hab ich den Lärm. Es geht mir schon so auf die Nerven. Nerven, Nerven. Sie sagt auch, Stadtluft macht frei. Frei, frei. Was für ein Blödsinn. Da unten schon wieder, bam, 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 Baustellen. Und ich hör's, maap, maap, unnötiges Gehupe. Und nicht zu vergessen die Schlimmsten von allen. Diese verdammten Handy-Zombies. Es wird mir einfach schon so zu viel. Ich muss was anderes hören. Ich muss was anderes sehen. So, so dringend. Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Ich nimm meine Füße in die Hand. Und geh einfach drauf los. 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 Ich geh, ich geh so lang, bis nichts mehr von der Stadt gibt. Und zwar dorthin, wo die großen Barmer sind. Und, bis du deppert. Der Augenblick ist wow. Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Jetzt ist's mal klar. Ja. Ab in den Wald. Ich schließe die Augen und genieße endlich die Stille. 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 Ah. Ja. Stille. Stille? Moment einmal. Die gibt's da oder ja auch nicht. Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Oh nein. Das ist ja noch so viel besser. Ich darf den Klängen vom Wald lauschen. Das ist ein richtiges Konzert. Nur für mich allein. Kann ich. Was für ein Ohrenkuss. Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Sag, wer mag das Männlein sein? Das da steht im Wald allein. La 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 la. So was Schönes höre ich zum ersten Mal. Ohrenkuss Ein Hörspiel von André Kessler und Johannes Brunner Aufnahme und Schnitt Manuel Brunner Graz 2024 4 25 courtsAy bescrib jeski 25 25 24 25 25 26